hey freunde wie geht es euch herzlich willkommen zum ersten spb auf meinem kanal leute sonst war ich immer nur als gast am start heute zum ersten mal selber auf meinem kanal ja auf meinem kanal schon und ihr hört es auch schon mit einem ganz besonderen gast und zwar es ist elie geller höchstpersönlich die erste folge könnt ihr bei elie abchecken link dazu in der video beschreibung mich würde es freuen wenn ihr ein like da lässt sagt doch mal wie viel wie viel likes abonnenten lasst ein abo da sag du mal was wie viel abos hast du 100.000 dann sage ich eine gute zahl für das spb erste spb 30.000 likes eine gesunde gesunde mittelwert würde ich sagen 30.000 likes lasst ein abo hier da eine gesunde zahl eine gesunde zahl mit elie leute unser spieler jodani nanny im sturm um ihn geht das spb und ich würde sagen lass knacken mein lieber freunde an alle guckt euch vorher bitte bevor ihr jetzt weiter guckt kurz mein video an und guckt mal wie lost dieser knecht ist in sachen team bauen und er will mir irgendwas erzählen dass ich lost bin ich habe noch nie mein leben so einen krassen knechten gesehen nicht was bodenlos was du in den letzten anderthalb stunden abgezogen hast wieder das ist jenseits von gut und böse aber technisch und nicht team bauen jenseits von gut und böse mein team war super aber ok ich halte zuerst rein weil ich glaube ich habe deine beiden knechte lm ist ein deutscher erzähl mir mehr also ist ein deutscher kommt von manchester city hat ein afro und ist super schnell nein ist die abi nein stimmt ich habe mir davor schon gelegt leute nein in der letzten folge hat er das gesagt gab dafür habe ich dein zm ok deutscher was ja richtig ich fühle mich jetzt da richtig neuhaus ich halte rein ich halte rein also rechtes mittelfeld ein deutscher ja da gibt es nicht für auswahl groß ja sag mal erzähl mal da gibt es einmal den karim ami von mykonos glaubst du ich habe den genommen von mykonos ne ich hab den nicht selbst ne es ist karim neiii Freunde dazu gibt es eine lustige story ja ein andermal irgendwann mal Leute wenn ihr die story wissen wollt schreibt einfach pfeffchen in z leute alle pfeffchen irgendwann mal aber nicht heute und zm sag mal was wieder ein deutscher ja das ist lotha jungen du bist so ein knech ein zweimal den gleichen back to back oh Gott back to back so gut ich schwöre und lotha kann auch noch spielen back to back gg's machst du dir einfach mal dreckig spiel freudä alles regnen kommt vor ok kannst du hast entweder save pelé oder r9 aufgeschrieben weil ich weiß dass du ein von beiden spielen möchtest weil du es gesagt hast aber ich weiß nicht mal warum du es mir vor der aufnahme gesagt hast du hast du es mir vor der aufnahme gesagt hast du bist du hast du entweder save pelé oder r9 aufgeschrieben Dann habe ich Salah auf jeden Fall rechtes Mittelfeld und ZM ist Alain. Ich bin noch nicht endgültig mit meinem Call, R9 oder Pelé, aber ich glaube, weil du Pelé nicht abstoßen wollen würdest, hast du den Decken dahingestellt. R9 und Alain sind richtig. Wirklich? Wie schlecht. Jürgen, lass mich doch mal meinen R9 abstoßen langsam. Mit John, mit John im Sturm und mit einem großen Spieler. Ey, Mann. Das wird teuer werden. Ich werde nur nackig gemacht, Leute. Wenn das stimmt, wow. Wäre so mies gut. Schalt rein. Seid ein linkes Dreieck. Es ist schwer, seid ehrlich. Da habe ich mir einen aus den Ärmel gezogen. Ist es Samba tanzend? Nee, im Sturm. Haben wir Jau, Jau, Felix. Mhm, schön. Linkes Mittelfeld. Carrasco in Form. Und den ZM-Cooler Spieler, David Silva Headliner. Ich hatte Alex Teixeira, Neymar und Paulinho in Form. Mies cool. Nee, nee. Das wäre so Samba tanzen. Das wäre so cool. Das ist ganz weit weg. Ganz geil. Ganz weit weg. Machen wir, wenn man mit Jordan Thor macht, zählt es doppelt? Okay. Nein, lieber nicht. Nein? Nein. Was hat denn der Mann schießen? Jetzt wird gar nicht doppelt. Digga, er hat 34 schießen. Jetzt wird gar nicht doppelt. Ja, mein anderer Stürmer hat 56. Okay, Außenverteidiger. Jetzt muss langsam was kommen, Friede. Wen hast du David Silva Headliner? Meinst du Record Breaker großer? Ja, Record Breaker, meine ich. Schalt rein. Linksverteidiger großer. Sag mal. Kann ein bisschen Samba tanzen, glaube ich. Ja. Ziemlich jung. Warte. Digga, hast du meine Playstation? Chat. Mann. Meine Playstation hat sich aufgegangen. Ich schwöre, ich kann so nicht spielen, ne? Es war Renan Lodi. Okay, glaube ich nicht. Ich habe Estupinan. So, jetzt. Hm, links Renan Lodi. Ja, ich hatte Estupinan, Feature Star. Rechtsverteidiger, cooler Typ. Kennst du auch persönlich? Tino. Nein. Das ist Marius. Wolf. Der Wolfi. Junge, was? Marius Wolf. Seit wann brauchst du so gute Teams? Marius Wolf in Form. Gute Karte. Ja, ich weiß. Habe ich auch gesehen davor. Er schalt rein. Links, sag mal was. Links ist ein Französer. Franzose, kommt aus Marseille. Heißt Amavi, Headliner. Ne, ne, ne. Es ist auch ein Headliner, aber leider hat Theo einen. Ander ist. Oh, ich wollte, es war Theo oder Amavi, einer von beiden. Rechtsverteidiger, Brasilianer. Ähm, nein. Wer ist es? Serge Aurier. Oh Gott, hä, Digga, da kannst du doch auch direkt eine Bronzerkarte hinstellen. Was hat er per Tempo? 76. Hä? Ohne Sinn. Oh, der ist furchtbar. Ich habe noch keinen Spieler erraten. Eli, sowas gab es noch nie. Ja, wusstest du, dass ich auch noch nie mit einem Fui-Team gespielt habe, Sidney? In meiner ganzen SBB-Karriere, ich habe noch nie mit einem vollen Team gespielt. Das ist kein Witz. Theo braucht einen Link. Ich habe einen Call, was du gemacht hast. Wäre aber Quatsch eigentlich. Neuhaus braucht auch einen Link. Oder bräuchte einen? Hä? Oh nein, Sidney. Oh nein, das hast du nicht gemacht, oder? Wuppermekano denkt, ja. Oh nein, das hast du wirklich nicht, oder Sidney? Das hast du nicht gebracht. Du musst nach deinem David Silber einen starken Link gehen. Boah, aber es gibt ein paar, die du da hättest. Warte mal. Okay, ich halt mal zuerst halt. Ah ne, ja doch, ich halt zuerst halt. Also, das ist schwer. Also, du musstest auf jeden Fall, du musstest David Silber linken. Einen starken Link braucht der Mann. Hallo, Erdan Eli. Warte mal. Ich habe mich verguckt. Du hast zwei. Oh mein Gott. Scheiße, Digga. Ja, ich muss David Silber rausmachen. Also, der ist fullcam, ja? Wer? David Silber ist nicht fullcam. David Silber ist nicht fullcam. Hä? Aber der Innenverteidiger muss dann noch zu David Silber linken, oder nicht? Der eigentlich seine Link? Ja, eigentlich schon. Aber David Silber kommt nicht auf fullcam. Hast du fertig gemacht? Ja. Okay, mach. Halt ich jetzt rein? Ja, halt du rein. Was drin gehalten? In Verteidigung, Romagnoli in Form. Und Chrisito in Form. Und im Tor habe ich Pirin. Ja, ich hab gut. Weh, Varano Neto. Okay, ich muss freuen, mir fällt es jetzt gerade auf. Ich muss hier einen Bronzenspieler hin machen. Für David Silber leider. Ich hab nicht gesehen, dass der Mann fullcam ist. Schade. Ich halte rein. Du hattest die Möglichkeit zwischen Upamecano, Hernandez, Konate und Niakate. Einen von denen musst du, also du musst eigentlich sogar zwei von denen nehmen. Ich glaube, du hast zwei von denen genommen. Und die Frage ist, welche von denen hast du genommen? Ja, sind drin. Ich hab aufgeschrieben Upamecano, Niakate und Gulasch. Ich hab, Niakate ist drin. Ja. Und Hernandez auch. Nein. Wer war das? Warte mal, wer? Hernandez auch. Hernandez und Niakate waren sie? Ja. Okay. Und im Tor neuer, neuer Info. Äh, neuer Totti. Du bist, du bist so ein krass schlechter Teambauer, ne? Neuer, guck dir mal die an. Digga, du bist so ein krass schlechter Teambauer. Ach, du scheiße. Meine Viererkette steht. Theo Hernandez, Niakate, Hernandez, Oriel, neuer Totti im Tor. Digga, ist das krass, ne? Lukas und Diaby auf den Außen, zwei Bronzes ZMs und Jordan und ein Bronzes Stürmer. Oh Gott. Das ist schon echt krass. So Männer, Konzentration. Jetzt hast du diese ganzen scheiß Bronzespieler. Und Jordan da vorne, hä? Was denn? Junge, ich mach, glaub ich, einfach Zeitspiel. Hast du was an deiner Internetverbindung gemacht, hä? Ja, hab ich ein bisschen umgeschraubt. Mama ist jetzt zu Hause. Ich kann niemanden anspielen. Der ist Gold, der ist Bronze, der ist Bronze. Lukas, die Glatze. Könnte sie den Kopf an. Oh, nicht gegen Matthäus, nicht gegen Matthäus. Wer ist denn das hier? Ach, wer sieht noch? Ne, ne, großer. Guck mal, hier ist John. Ich kann nicht mal zum Hinspielen. Welcher Felix ist das? Oh Gott. 84er. Oh, John Hennie. Zehn Tore mit John. Zwei? Nein. Nein. Ey, warte mal. Ich spiele in Jakarté. Ja, vergesst ihn auszunehmen. Ey. Ich hab noch einen Torwart. Ich hab noch einen Torwart. Ich hab noch einen Torwart. Ich kann nicht Torwart einwechseln. Hast du... Hast du einen Bronze-Inverteidiger? Ne. Ich hab Prolet, Pelé, erneut, Messi, de Bräune, Maradona. Und einen Bronzetop. Junge, sagen wir neu schnell. Neu, mein Gott, Digga. Du bist ein unangenehmer Aufnahmepassner. Leute, Edy hat gequittet. Okay, Männer, auf geht's. Leute, ihr müsst da sein, ihr müsst da sein, ihr müsst da sein. Guck mal hier, Kikloorstein. Jordan, kann die Umut besser? Ja. Musst dich mal probieren. Michel. Wer ist Michel? Jordani. Torwart? Äh, Bronze. Karimau. Jordan. Oh, guck mal hier. Gib mir Jordan. Oh, ich seh da einen Jau. A tube. So ne gute Tube hat der Mann. Mach ihn. Oh, das ist der reingellte Krossel. Junge, neuer Totti. Jau, fählich? Neuer ist so kacke, ne? Ach, das ist Manuel, neuer Totti, Leute. Er ist scheiße. Jetzt hat er ein Spiel in der BL, da war ja der Allerechte. Er ist scheiße. Hernandez, wofür willst du groß haben? Jordan? Mann, Junge. Die sind alle Krossel. Das ist der erste Freundesdick. Ey, nein. Oh je. Ich werde zu knackig. Jau? Boah. Junge, neuer Mann. Was machst du denn da? Flieg einfach raus. Bruno Fernand, Jau, fählich. Muy importante. 14. Muy importante. Weiter machen, ne? Weiter geht's, Krossel. Jordan will ja auch nochmal treffen. Ich weiß nicht, was ich hier hoffentlich machen soll. Runterl. Der war ganz schön wuselig, ich glaube, der Antritt. Spiele, bedient Jordan. Einfach mal anspielen auch. Jordan kann das. Jordan kann das wirklich. Karim? Wir haben uns gut... Komm, komm, Karim. Gute Chemie zwischen euch. Gute Chemie, da? Boah. Junge, mein Spieler läuft einfach gerade aus, Tio. Jau. Weiter mach, ne? Ich will nicht mehr. Weiter geht's. Weiter mach. Jau. Zack. Oben läuft er. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und Karim. Ja. Leute, Elis E-Sportler. Schwierig. Ich bin kein E-Sportler mehr. Elis E-Sportler. Ja. Was? Fake. Auf dem zweiten. THP. Jetzt bist du nervös. Oh, nervös. Warte mal ganz kurz. Elis E-Sportler. Nee, nee. Nee, nee. Juhu, zu Zeit, hier. Komm, wir dauern. Ja, U. Ja, U. Filic. Und vier, hä? Zeit OP, ne? Da geht halt nur auf Konter, Leute. Und vier, weitermachen. Bisschen Kelleck so. Junge. Und vier, weitermachen. Zu Halt seit 5-0, dann bist du gut dabei mit 10-0. Und ich hab nicht den Hauch einer Chance. Guck mal hier, Atube. Atube kann das halt. Das kann ich da nicht hochladen. Gut, Salakaro. Auch mal ein Zeichen setzen. Auch mal probieren. Jordan. Ja, ja. Gut, Michel. John, muss da irgendwas kommen jetzt? Von Lothar. Guck mal hier. Ja, ziggas, Lodi, du hast so einen Bleifuß. Lukas. Guck mal da oben, John. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Oh, no, yeah. Das ist gut. Das ist gut. Wir versuchen es auch hier, Kapitän, ne? Wenn das jetzt passiert, Lodi. Wenn jetzt mein ganzes Team abstößt mit Neuer und Thöernander, ist das so scheiße. Und weiter geht's, Jordan, ja? Schönes Tor. Schönes Tor, weiter. Ich weine gleich, Leute. Zeit, jetzt Kelleck. Mit so einer Euphorie wollte der Mann immer SBBs aufnehmen, ha? Guck mal, hätt ich meinen R9, hättest du R9 abgestoßen. Ja, weiß ich nicht. Ich wäre d'accord damit. Komm. Darf ich's denn defensiv einstellen, ja, oder? Kannst du machen, was du willst. Interessant. Ja, Theo? Bitte? Kommt, Männer. Kommt, Männer. Jordan, komm mit. Das sieht doch so gut. Oh, Lothar. Jordan, Andy. Langrücken. Was ist los? Ach, Mann. Pfeift doch Elfer wenigstens. Alle zurück. Alle zurück, Männer. Jordan, komm zurück. Komm zurück, Jordan. Komm zurück, Jordan. Eckball. Und in die Halbzeit. Mein Ziel ist einfach, gerade nicht 10-0 zu verlieren. Die ist ja bodenlos. Guck mal, hier. Ich spiel grad gegen anders, Leute. Ich schaffst du mit Bronzespielern, ne? Sehr eingeschränkt. Meine vier vorne im Zentrum sind alle Bronzes. Und Jordani. Jordani, kein Front an dich. Aber es ist schwierig mit dir. Schwierig vorne. Hinten bist du Stammspieler. Guck sie dir an. Bleib dran. Nein, nein, großer. Hinten wieder. Jordan, mach da mal was. Komm mal hier. So eine lange Nudel. Nimm die Pille. Und ab. Und ab. Oh. Hilfe, hat der mal Stress. Die haben doch alle so Stress damit hier da vorne. Oh, oh. Ciao, Danny. Nein, ciao, Danny. Ciao, Danny. Ich steck den doch durch. Nee, nee, alles gut. Oh, Junge, hat der mal Stress. Mitchell. Tschö, Danny. Nee, Tschö, Danny. Es ist kalt. Tschö, Danny. Tschör. Hey, 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 hey. Tschö. Wenn ihr jetzt mal hier wieder aufwachen, wieder einen Gang hochfahren, lasst euch da nicht einlullen. Guter Pass da. Atome. Ganz stressig. Na, mach mal ganz ruhig. Gegen Uriel. Komm mal gegen Uriel da. Finde ich jetzt nicht so lustig mit Uriel. Lothar. Karim. Lange. Oh mein Gott, Karim, du knitsch. Zweite Mal schon. Ist aber auch echt scheiße im Mittelfeld so einen scheiß Torwart zu haben im 4-4-2. Ja, zwei sogar. Dann nehme ich auch noch einen Bronzer. Ich muss einfach nur überhaufen. Ja, meine 4 vorne sind alle Bronzer. Let's go. Aber Navarro holt den Ball da super. Navarro ist zu gut. Jordani. Ja. Nein, was? Das ist alles in Ordnung. Wir können das nämlich. Komm, hol ihn dir. Bleib da raus. Und ruhig. Und ruhig. Oh, ist das ein doch ein ruhiger Pass. Gut rausgespielt. Runter. Ich schau. Lothar ist so geil. Mitte. Außen. Oh, ich wusste es doch. Komm mal hier. Nicht gegen Wolf groß. Doppel in 1 kommt gleich. Ah, fake. Ja, ich spawns. Gute Finden John. Gute Bewegung. Alles gut. Spiel doch direkt. Oh, John. John, dann. Auf links. Auf links. Du wusstest, dass ich auf links wusste. Ja, normal. Mann, ich bin einfach auf rechts gegangen. Komm, man, John auch bei den Ecken, sagst du? Ist in Ordnung. Mann, für alles. Romanioli. Den darf man. Ravioli. Ferreira? Ferreira? Na, sehr behäbig da. Hol ihn dir. Dicker, der Mann. Der Mann. Boom. Ich wusste es. Oh, einfach auch spekuliert. John? Oh. Was? Was? Mann. Was? Let's go. Was ist ein schlechter Schuss? Was war das für ein schlechter Schuss? Oh, schon 87. Let's go. Vier Spieler kann ich verkraften. Oh. Danke, Lothar. Danke, Lothar. Lothar. Keinen Ball verlieren. Keinen Ball verlieren. Mann, Liga. Mach den Ball da fest. Vier Dinge. Du hast kein Tor in der zweiten Halbzeit gemacht. Mann, ja, weil Manuel Neuer und Karim Belarabi da anscheinend hatten. Wir sind auch nicht. Ja, ich gehe, im Endeffekt bin ich auch noch zufrieden mit vier. Ich kann nicht mal gute Treppen gefühlt. Schön, ich habe fast nur Goldspieler. Äh, Bronze. Und, also, Diaby kostet 170. Theon Andes 900. Und Neuer 500. Okay, ich schraub mal ein bisschen. Hau mal raus. Ich sag mal, einfach mal, deine, deine beiden Stürmer. Deinen linken IV. Und dein LZM. Linken IV. Ist Jordan. Linker ZM ist Torwart Bronze. Daneben war, rechter ZM war Neuer. Und Stürmer war auch Bronze und Diaby. Da habe ich Diaby getroffen. Ja. Ja, ist doch angenehm. Diaby, Freunde, da konnte man fast nichts treffen. Ist eine super angenehme Situation für mich. So, Diaby geht Baden, Leute. GG's an Eli. GG's. Auch schwierig für mich. GG's, mein Freund. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sein erstes SBB, hä? Mein erstes SBB. War sehr chaotisch beim Aufnehmen. Danke, Eli, für deine Zeit. Na gut, Freunde. Wie gesagt, was war denn hier das Ziel? 30.000 Likes, ne? 30.000 Likes. Lasst ein Abo hier da. Ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Stream auf Twitch. Ja. Oder rein, meine Damen.